Herzlich Willkommen zu FENTV. Heute sind wir bei der Möhrenaussaat ganz in der Nähe vom Kloster Langenwaden. Die Landexpert-OAG und die Leinnessel Rode GbR haben dort 1200 Hektar verteilt auf acht Standorte. Sie werden unterstützt von vier FEN-Traktoren, ausgestattet mit VarioGuide, einem 720er, zwei 930er und einem 939er Vario. In direkter Nähe zum Kloster Langwaden, einem alten Zisterzienserkloster, befindet sich die Landexpert-OHG und Leinnessel Rode GbR. Joachim Pfannstiel-Wolf leitet den großen Betrieb. Wir bauen auf unseren 1200 Hektar vornehmlich Winterweizen, Gerste, Roggen und Zuckerrüben an, zusätzlich Raps und zusätzlich sind wir im Feldgemüsebau tätig mit ungefähr 70 Hektar Möhren, Buschbohnen und Erbsen für die Konservenindustrie. Da wir auf weit auseinanderliegenden Standorten arbeiten, wird bei uns die Datenübertragung von VarioDoc über GSM-Karten geregelt. Das RTK-Netz spielt bei uns eine große Rolle, weil wir das an allen Standorten in einem Radius von fast 80 Kilometer einsetzen können. Heute wird ein Schlag nahe des Klosters bestellt. Die letzten 47 der insgesamt 60 Hektar Fingerfood-Möhren müssen noch gesät werden. Der verantwortliche Fahrer Martin Bellen wiegt das Saatgut genau aus. Wir wiegen jetzt so lange ab, bis wir genau 3,3 Millionen Körner in Hektar säen. Das exakte Abwiegen des Saatgutes ist hier besonders wichtig, denn zum einen braucht es für Sonderkulturen wie Möhren eine optimale Standraumverteilung, zum anderen geht es schlichtweg auch um Wirtschaftlichkeit. GPS angeschaltet, jetzt geht's los. Hier stellt man zum Beispiel drei Meter ein, so wie die Maschine breit arbeitet. Hier zum Beispiel für das Vorgewendemanagement. Und dann erscheint ja hier auch die hellblaue Linie. So und dann genau wissen sie auch, wann sie ausheben müssen. Ihr sagt ja vor Fortlaufen, wie viele Spuren die fahren da. Ich bin jetzt die sechste Spur gefahren. Das zeigt einem ja eigentlich alles da. Einfach wieder fahren, fahren, auf Automatik stellen, fahren, fahren, fahren. Perfekt. Mit dem Dokumentationssystem VarioDoc kann Martin Bellen über das VarioTerminal alle relevanten Eingaben schon auf dem Feld vornehmen. Wenn man es einmal kann, ist es schon eine sehr, sehr schöne Sache. Nach der ersten Reihe kontrolliert Mitarbeiter Manuel Brass, ob die Saattiefe von zwei bis drei Zentimetern stimmt. Alle Einsatzfahrer des Betriebs sind auf dem neuesten Stand. Regelmäßige Schulungen, auch mit VarioGuide, sind wichtig, um effizient arbeiten zu können. Und wenn alles reibungslos läuft, stimmt nicht nur die Arbeitsqualität, sondern auch die Motivation der Fahrer. Das macht halt Spaß mit der Elektronik, weil sie damit sehr präzise arbeiten können, auf dem Punkt genau quasi. Da ist halt ein ganz entspannteres Arbeiten als wie früher. Also hat mit dem eigentlichen Beruf Landwirtschaft gar nicht mehr zu tun, da ist halt schon mehr Berufe auf einmal. Damit auf dem Betrieb alles laufen kann, braucht es ein stabiles Funknetz. Der RTK-Verbund in Rommerskirchen ist hier ein wichtiger Partner. Er wurde 2012 aus fünf Landmaschinenhändlern und zwei Landwirten gegründet und vereint 15 Basisstationen an vier Standorten. Wir hier im Rheinland fahren fast ausschließlich auf das RTK-Signal, das auf zwei Zentimeter Genauigkeit fährt, beziehungsweise die Schlepper. Dieses können wir nur einsetzen, da wir sehr stark im Sonderkulturbereich unterwegs sind für Kartoffeln und Gemüse. Für ihre Kunden hat sich das RWZ Agrartechnikzentrum gut gerüstet. In Bezug auf Variatronic beziehungsweise GPS sind wir recht gut aufgestellt. Ich habe zwei Mitarbeiter in der Werkstatt dazu ausgebildet, die zweimal im Jahr auf Schulungen gehen. Mittlerweile machen wir auch schon Online-Schulungen oder Videoübertragungsschulungen mit Fendt, was sehr gut klappt. Von diesen Schleppern sind in den Baureihen 500, 700, 800 und 900. Ja, von zehn verkauften Schleppern mindestens neun vorbereitet heutzutage. Und von diesen Vorbereiteten verkaufen wir über 50 Prozent auch mit einer Vollversion RTK VarioGuide. Der Betrieb in Langwarden arbeitet auch mit VarioGuide. Nach getaner Arbeit hat Martin Bellen seinen Einsatz auch schon mit VarioDocPro dokumentiert. Wenn sie auf dem Feld felsch sind, gehen sie auf Pause, gehen auf den grünen Haken und schicken das dem Chef auf den Computer. Betriebsleiter Joachim Pfandstiel-Wolf kann die Daten kurze Zeit später im Büro überprüfen. Ja, bei uns spielt nicht die größte Rolle die Kostenersparnis, sondern die Entlastung der Fahrer und die Optimierung der Arbeit. Wenn Sie noch mehr zum Thema Spurführung wissen wollen, dann schauen Sie bei uns auf die FAND Homepage unter VarioTronic oder sprechen Sie einfach mit Ihrem lokalen FAND Händler. FAND Homepage FAND Homepage FAND Homepage FAND Homepage FAND Homepage FAND Homepage FAND Homepage